Du bist das letzte der vier Kinder, die heute mit ihrer Reise beginnen. Eine kleine Verspätung kann bei einer Zugfahrt oder auch bei der Pokémon-Wahl das Leben verändern. Meinen Sie damit, dass ich jetzt ohne ein Pokémon auf meine Reise gehen muss? Ein Pokémon könnte ich dir noch anbieten. Dieses Pokémon heißt Pikachu. Hallo Pikachu, ich bin Ash. Du und ich werden die besten Freunde werden. Was ist das? Heiko. Eines Tages werden wir zwei dieses Pokémon kennenlernen. Pikachu! Die Buntschwinge soll angeblich zu Ruho führen. Wir müssen sofort aufrechnen und Ruho finden! Hast du Lust mitzukommen? Du bist zu weich. Vergiss nicht, Kraft geht vor Recht. Verstanden? Gehen wir Pikachu! Was es da draußen wohl alles gibt? Man weiß es nie, bevor man da gewesen ist. Solange mein Kumpel bei mir ist, kann ich überall hingehen. Und dann kommt wieder. Ich bin beim Kumpel bei mir. Verhalten ist leicht, es ist leicht. Ich bin bei mir. Ich bin beim Kumpel. Tschüss. Ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020